hallo zusammen und willkommen zurück hier beim organic farming projekt auf der hofbergmann auf der version 1007 beta 1 sind wir hier ja und ich habe mich schon mal in den 39er hier geschnappt und bin dabei das stroh von feld 4 abzufahren das werden wir komplett in die kompostanlage bringen damit wird da ein bisschen geld mitmachen können und vielleicht kann den kompost auch für andere sachen verwenden aber wie gesagt wir brauchen ja auf jeden fall geld weil wir ja doch das eine oder andere noch anschaffen wollen weil wir sachen laden wollen dass wir sachen kaufen wollen die bullenzucht und die gemüseplantage und so weiter und so fort wir wollen mehr tiere haben das müssen wir auch noch irgendwann in angriff nehmen und ich weiß nicht die ganzen mikroproduktionen die sind ja auch noch geplant also es ist einiges zu tun auf jeden fall und wir halten es nach wie vor so maximal ein helfer wird uns unterstützen und jetzt muss ich mal gucken denn kompost 1 ausladen wir werden gleich wenn der kollege hier voll ist das abfahren autodrive überlassen und in der zwischenzeit können wir dann schon mal gucken ob man nicht irgendwo vielleicht noch mal einen schwung ziegen kauft oder ich weiß nicht was wir sonst noch machen können so wir sind auf jeden fall voll das heißt und den lassen wir mal fahren das heißt wir müssen nur mal gucken dass wir hier drüben auch doch die haben wir beide aufgemacht werden wir ist genau ich weiß was wir machen wollten was wir noch nicht land hatte lässt mich mal durch und zwar wollen wir ja auch irgendwann schweinefutter machen und um schweinefutter machen zu können brauchen wir getreideschrot so gut das heißt wir bringen jetzt einfach mal gut da passen 21.000 liter rein ich würde mal sagen wir haben bringen jetzt einfach mal 10.000 liter hoch zur getreidemühle so 10.000 liter wurden erreicht müssen jetzt nur achten oder sonst beeilen ich glaube da kommt gerade der der andere der andere was wollte ich sagen wie wollte ich sagen der der ladewagen so heißt das ding der soll sich da schon mal schön rückwärts in das kompostsilo stellen und wir fahren eben jetzt so geschwind schnell da hoch und kippen das ab und dann kann der ja im grunde können wir den dann wieder selbst zurückfahren lassen und zwar nicht zum feld und nicht zum hof sondern kippen das silo ausladen so wir sind auch schon fast da oben angekommen das war ja hier die abladung für die produktion so 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 bekomme ich kein abladesymbol müssen wir hier ein bisschen steiler drauf so so ich höre es schon rum ich höre es schon rum also das ist hier die so servus 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 weizen der ist der harter der gibt es rein der spurt 10.000 liter haben wir das ist so dann fährst du mir also der weg geht andersrum klar dass wir wieder irgendwo ganz dämlich hängen bleiben na komm sehr gut dann fahren wir so rum ist ja auch kein problem da hinten ist mehr platz zum drehen da hinten ist mehr platz zum drehen so kommt du fährst nach hause und wir ja der ist gut gut geparkt gleich mal schön aufschütten gut und weiter stroh sammeln dann gucken wir mal dass wir das silo voll bekommen beziehungsweise das stroh eben vom feld runter alles das da rein geknallt ja wir haben ja zum glück das förderband wo wir stroh dann später auch wieder verladen können das heißt wir müssen jetzt nicht das stroh den kompost dann meine ich ja wir müssen eben halt nicht die ganze zeit schaufeln weil das würde glaube ich unsere zeit ein wenig sprengen aber so ist das auch schon ganz gut ja und wir müssen auf jeden fall wenn wir hier fertig sind gleich wieder mit der wohnbearbeitung beginnen das heißt in erster linie werden wir ölrettich pflanzen müssen da müssen wir auf jeden fall die saatgutpaletten besorgen das wird dann so der erste schwung sein dass wir eben den ölrettich machen da können wir ja zum glück mit der direktsaatmaschine einfach drüber juckeln hier über das feld das funktioniert ja und wenn wir dann flügen müssten können wir dann ja quasi im ölrettich wenn er gewachsen ist einmal unter arbeiten aber dass das sehen wir dann wenn es soweit ist jetzt erst mal stroh 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 wir können da klar auch gleich mal gucken wie es denn bei unseren ziegen aussieht ob die schon die erste milch gegeben haben dann können wir nämlich irgendwann auch mit der milchgeschichte beziehungsweise mit der ziegenkäse geschichte loslegen 90 prozent kommt dann nehmen wir sie einfach soweit wir kommen die bahn hier mit die straße ich weiß dass wir gesagt haben nur ein helfer aber der andere ist gerade blockiert den übernehmen war ne wo ist er hallo da ist doch der den machen wir nämlich hier raus so dann würde ich sagen lass uns doch nochmal ziegen kaufen bis der mit seinem stroh da ist können wir da schon mal ein teil zumindest fahren dann können wir gucken äh tierweide hochtiere zielorte äh ich suche eigentlich den tierhändler einkauf viehhandel ek viehhandel tier sobald der hier oben raus ist der 939 können wir da umswitchen den hier weiter fahren lassen und wir machen uns dann weiter ans stroh oder schaffen wir das sogar noch komplett hoch mhm könnte sich fast ausgehen jetzt ist er angekommen aber weißt du was dann lass uns den mal kurz fahren äh wir gucken mal kurz bei den ziegen wir haben weiße ziegen sieben liter milch ja ok halt dann äh kaufen wir nämlich jetzt noch schnell Tiere und äh lassen die dann Tiere Weide Schafweide dann lassen wir den einfach zurückfahren so weiße ziegen ziege 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 weiß so 4200 Euro so 4200 Euro geht eigentlich so ein Stück muss ich ihn noch selbst hier raus fahren weil der Autodrive Kurs hier beim Viehhändler noch nicht korrekt ist weil der noch von der alten Version her wird so abkippen so guck mal und schon wieder da ist manchmal leer wir werden gucken dass wir jetzt über die nächsten Folgen vermutlich äh den Ziegenbestand mal ich sag mal so auf grob gesagt 100 Ziegen Minimum hoch äh arbeiten das heißt dass wir so viele Ziegen kaufen jetzt erstmal ja boah ich dachte schon da ist wieder irgendwas abgeschmiert so weiter geht's hier im Text ich glaube der Fendt fährt zu einer anderen Schafweide es gibt hier ein äh äh ich weiß nicht das sah ebenso merkwürdig aus auf jeden Fall äh wir lassen ihn einfach mal fahren äh mal gucken wo er ankommt da gucken wir mal wieviel wir hier noch runter bekommen an Stroh ja zweimal 42.000 haben wir schon also achten äh äh 85.000 Liter und ich denke mal drei Weigen jetzt bestimmt noch geben weil da ist er doch äh äh gut was äh gekommen wir müssen nur gucken dass wir genügend Geld noch haben für die Saatgutpaletten äh das sollte gegeben sein der Farmer ist angekommen bei der Schafweide aber ich sag dir gleich äh du bist da definitiv falsch weil ich hab den irgendwie äh in Richtung Norden fahren sehen ähm da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen wenn wir den Kollegen hier voll haben und der wieder seinen Weg zurück Richtung Heimat macht ja guck mal ja guck mal und schon äh sagen wir es und schon ist er voll gut dann fahren wir den mal kurz hier unten raus oh ja ja und weiter geht's so du bist definitiv falsch wie heißt denn dass andere dann richtig wenn das die Weiden sind dann müsste das ja Hoftiere sein für Schafe ja gut äh dann war ich falsch dann müssen wir jetzt aber erst einmal äh selbst fahren weil wir den anderen schon mit Autodrive am Fahren haben so so fahren wir mal ja ja ich denke mal äh vielleicht kriegen wir es heute noch hin äh spätestens Anfang der nächsten Folge dass wir das Stroh einmal komplett runter haben von der Wiese ja von der Wiese sagen schon vom Feld und äh dann können wir eben mit dem Ansehen beginnen was na klar auch wieder eine Zeit lang dauern wird aber da können wir zur Not auch wieder auf unsere alt bewährten Hilfsmittel zurückgreifen sprich sei es jetzt der Kursplay oder der normale Helfer wir können hier schon mal umschalten dass wir den gleich wieder zum Viehhändler schicken dann guck mal reicht das wenn ich hier vorfahre ja guck mal können wir abladen stetigen so wir kommen hier nicht rum ähm ja das ist schlecht was wir jetzt hier aber es geht es geht so komm lenkt ein so wir brauchen wo ist ähm hm das hat doch sonst eigentlich immer geklappt und jetzt verhängst du dich hier plötzlich macht auch nichts so was wir auch in Angriff nehmen können wäre ja die ähm Dings na wie heißt das das Getreide veredeln weil wie gesagt wir haben jetzt erstmal ähm genügend für Getreideschrot das wird ja gerade geschrotet sozusagen damit wir Schweinefutter machen können und das heißt wir könnten definitiv mal vielleicht ein bisschen was hier in die Getreidetrocknung bringen da müssen wir dann auch noch ein zwei drei äh Propangasflaschen kaufen dann gucken wir mal ob wir das jetzt äh den Rest hier einmal rein bekommen in unseren tollen Ladewagen so und und los geht's aber ich glaub wir werden da definitiv nochmal fahren müssen naja macht auch nichts äh Hauptsache es kommt halt was äh bei rum so jetzt einmal hier diese querbahn ganz kurz so der Farmer ist bei den Tieren angekommen okay das heißt da können wir also auch gleich äh wieder Tiere kaufen ich würde sagen ich würde sagen ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen mit dem Stroh weiter aber wir sind auch äh schon wieder fertig äh das mag man kaum glauben äh wie gesagt ich äh sammle hier zumindest mal noch ein Anhänger Stroh voll ein äh wenn da noch ein Rest da sein sollte machen wir das morgen das könnte aber sich vielleicht sogar ausgeben äh auf jeden Fall würde es mich freuen wenn ihr morgen wieder reinschaut äh äh fünf Uhr geht's weiter bis dahin macht es gut und tschüss